Es war natürlich der Bezug direkt durch meinen Onkel vorhanden, der bei Steiragren arbeitet. Von dem her war das mir gleich mal direkt sympathisch. In der Erfindungsphase, wo ich gesagt habe, wir machen diesen Deal, haben mich viele Leute gefragt, warum Sebastian Frödel und Steiragren, wo passt das zusammen, der Fußballer, mit so einem Produkt. Aber mir ging es dann primär um die regionale Geschichte. Mein Wohnort ist zehn Minuten entfernt von der Firma. Das ist ein regionales Unternehmen, ein Familienunternehmen. Und ich habe gesagt, okay, ich repräsentiere eine Marke aus meiner Region. Das bringt vielleicht eine gute Rückmeldung, aber er füllt mich auch mit Stolz.